so noch einmal nacht aber man wird es gleich sehen was immer noch nacht man wird mir das sehen vielleicht erst wenn ich den ersten dämon in seinen platz gebracht habe ich dachte eigentlich es wird schon vorher so weit sein keine musik mehr das ist traurig da sie übrigens zyklus oder wieder heißt der frosch dem sein denkmal zerstört wurde der jetzt auf den meeren müde den kann ich dann nach dem nächsten tempel begegnen wenn ich dann freien bogen hat und ihn bekämpfen kann so und hier ich hab's euch ja gesagt ganz viele lichtscheine nebeneinander es werden meistens nur 20 rubine sein und ich finde es nicht ich darf mich von diesem wirbelsturm nicht erfassen lassen das werde ich ganz wunderschön auf der karte auftauchen so als würde ich mich irgendwo hinwarten 20 so wo war der andere vielleicht hier wird nicht ewig im trüben fischen man sieht halt nicht mehr wirklich was man muss sich auf sein gehör verlassen aber selbst das ist halt nicht so exakt bestimmbar jetzt 20 jetzt fahre ich noch ein stückchen weg damit ich noch mal was sehe so da sind sie dann noch ein stück vor und dann stück rechts sollte ich auch hinkriegen man muss halt immer die sequenz sehen da kann man nicht vorspulen ich könnte rausschneiden aber das ist nicht viel arbeit wo sie ja auch ertragen 50 das wird wohl der einzige sein hier oh fuck ah gut vergessen wir es jetzt reichen schon mal zurück die 2 werde ich schon irgendwann später nochmal holen können werden eh nur 220 sein wie gesagt die tausende rubinen börse wird eh gleich voll sein dann bringt mir das auch nichts mehr so schnell wie das geht hier ja gut das kann ich wohl auch vergessen lassen mich das ganz machen könnt ihr mir vorstellen dass irgendwas wertvolles drin ist wertvolleres vielleicht ein herzteil wenn es so beschützt wird hättest du mit den bomben kaputt machen können ja irgendwann mal schiebt mir sowas immer gerne auf für das ende dann kümmere mich erst mal um die haupt story macht einfach am meisten spaß ist ja meistens so wenn man zwischendurch aber das hauptaugenmerk liegt wie der name schon sagt auf der haupt story so war ich hier schon mag bestimmt nicht denn ich hatte noch keine bomben jetzt habe ich welche also kann ich da auch rein das mag da wohl ja drin sein auf jeden fall keine rubinenbörse leider die ist nämlich woanders auf der lutien stets mich an dass ich das schild nicht den schild nicht benutzen kann gescheit wenn ich das schwertig gezogen habe total sinnfrei was musst du mit geben und du ohne beine aber mit vier armen Junge der der wind erwächst ich möchte einen kleinen beitrag dazu leisten naja ihr könnt auch noch dasselbe immer wieder sagen mehr bomben ey das geht so mega schnell gerade hatten wir erst mal die bombenteil bekommen und schon 69 bomben maximal ist 90 oder 99 weiß nicht wir werden es ja nochmal irgendwann bemerken schätze ich mal höchstwahrscheinlich uh keine neue briefe kein boot in sicht wo hast du dich versteckt moment das will ich ah das will ich doch nicht mhm meines weges ich will damit wir mal von dem blauen gelee was haben gleich verarbeite ich das ja irgendwann mal weiter was anderes ist nicht wirklich zu gebrauchen ich glaube das ist sowas wie super wenn man es dann weiter verarbeitet hat aber nur eine vermutung weiß nicht genau das blaue ist auf jeden fall am wertvollsten und was macht das gelbe das nur magie oder so weiß nicht bin gleich da und wir haben sehen wir haben endlich tag endlich wieder gescheite musik die sonne ohne gesicht hätte eigentlich zum spiel gepasst ich glaube ich verzichte darauf lieber sonst werde ich jetzt gleich in kanto verwickelt werde ich aber sowieso schätze ich mal muss ihn ausweichen Hilfe ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht die sind so gefährlich aber ich muss ja auch auf die insel drauf sogar ich dachte ich muss noch vorbeifahren schnell runter ich bin zwar von hinten gekommen aber ich kann von vorne irgendwie reingucken umherirrende der einen weg weise zu den göttinnen sucht bringe den die mond zu mir hast du hoffe ich war es richtig oder ist eine fälschung entlarve jawohl als betrüger auf bin und ein ein paar näres dem mond in die hände nicht schon lass mich doch in ruhe die machen mir voll angst sie sind so riesen groß so schnell weg wo muss ich hin da au es war ist unvermeidlich ich musste es einfach passieren so erstmal nach oben oder Und wenn ich Glück habe, muss ich den Wintern gar nicht erst wieder drehen, um zum Letzten zu kommen. Wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir es mal. Passt schon. Weg sind sie. Und die mögen kommen hinterher. Habt ihr sie schon vermisst? Schneller als ihr. Ach was, wir lassen sie immer nachher rankommen. Kommt ihr? Kommt ihr? Was ist für ein Betrug? Die kommen nicht näher, obwohl ich gar keine Fahrt mehr. Die kommen nicht näher. Was für eine Verarsche. Habt ihr das gemerkt? Egal. Da ist ein U-Boot. Da gehe ich jetzt rein. Gleich sehen wir eine Flasche oder eine Seekarte. Gehen wir einfach mal rein. Wenn ich sie so auf dem Weg kriege, dann kann ich ja nicht drauf verzichten. Ich bin ja noch bewacht, aber die sehen natürlich nichts, diese Blindfische. Könnte gefährlich werden. Oh. Habe ich an. Gib mir dies. Gib mir dies. Und nehme er das. Ah. Bam. Oh, noch einer. Wie viele kommen da raus? Bitte nicht so viele. Oh, daneben. Boah. Geh doch durch. Boah. Boah, was kam da denn raus? Was willst du denn? Das möchte ich nicht ein. Es geht gar nichts an hier. Wenn man es ein Freund ist. Kommt da noch einer? Bitte nicht. Zieht sich da nur hin. Er schnuppert schon. Hier kann ich ja mal ein paar Totenschädelketten sammeln. Oh, nicht schlecht. Oh, man muss immer erst mal in Deckung gehen. Wenn wir getroffen sind, weil sie dann kurz unverwundbar sind. Total doof. Ah, das war's gut. Bin ja ganz schnell. Was gibt das jetzt hier? Wenn's Geld ist, wäre auch nicht schlimm. Oh, 100er Ruine. Ganz toll. Damit hab ich irgendwie gar nicht gerechnet. Dabei war es ziemlich schnell anliegen. Schön. Haben wir das erledigt. Und ich wette, ich komm irgendwann noch mal in das U-Boot hier rein. Und denke mir, hab ich das schon gemacht. Naja. Zukunftsmusik. Naja, gut. Ich dachte, ich springe daneben. Bringen werde ich diesen zweiten Dämon in seinen bestimmten Blatt. In seinen unbestimmten Blatt. In seinen unbestimmten Blatt. Greta Fearse. Scheiß. Was ist vielleicht gesperrt? Vielen Dank.